moin moin zurück und servus also wir befinden uns jetzt hier direkt vor vorstock und hier ist diese neue mission also die kenne ich noch nicht ich bin hier oben nicht besonders oft das heißt wir machen jetzt einer nach dem anderen hier neben oben egal wie die sind ja alle blind alles her alles her falle wie die fliege da hin ist noch oder und falsche taste wow ich glaube ich habe ihn voll getroffen ich habe keine ahnung wo hier noch mehr rum rennen ich war hier oben noch nie zumindest was des kauf angeht einfach eine mission fehlgeschlagen ich hoffe das war nicht die da oben nein war es nicht aber die da können die ist noch da gut jetzt muss ich jetzt wieder nachladen okay nimm mal die wo künschst denn du her voll trefer alle mann erledigt auch nix für mich so hundemagen hier schweine die nehmen wir mit 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 ich muss sowieso jetzt mal ding nehmen so jungs äh dann markieren wir uns die kiste laufen ganz schnell da noch und wir sehen uns gleich wieder bis gleich moin moin zurück und herzlich willkommen bei deadside ja äh neue mission neues glück hier drüben keine ahnung was das ist das ist dieses komische ding daneben wir müssen jetzt erst einmal versuchen dass wir irgendwie an die mauer kommen ohne dass mich irgend der arschloch von denen entdeckt ich glaube wir nehmen wir mal die eins ich muss nur an die mauer kommen jetzt machen wir sie alle üben machen ant Nö? Hast du was für mich? Danke. Ja, von mir aus, komm mal. Auf jeden Fall. Halleluja! Höhöhöhöhöhö Ihr seid die geilsten Er mit dem Muni Willi nicht Willi nicht Ja, das sind doch 3 Dreck, Sau Voller wichtig Sau Wollen wir dem schnell nochmal nach Der hat Munition gehabt für mich Danke, hör ihr mit So, schauen wir mal nach Da steht keiner drin Da ist auch keiner Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die restlichen Oh, da ist noch ein Gebäude, cool Stopp Den Draht brauche ich Warum zeige ich euch dann? Ja, die müssen ja alle in dem Bunker daneben sitzen Ich glaube, da kommt man nicht rein Ich glaube, da kommt man nicht rein Ich glaube, da kommt man nicht rein Noch jemanden Noch jemanden? Noch jemanden? Ich bin nicht fertig Also muss irgendwo ja noch einer sein Also muss irgendwo ja noch einer sein Oh, ist er Hahahaha Hahahaha Richtig Nice So Endlich wieder Muni Und her damit Und her damit Nehm ich mit Ist schon mal ein Ist schon mal ein ganzer Haufen Leiche da Hahahaha Wie geil Ne, den haben wir Den haben wir noch nicht Den haben wir noch nicht Diese Hundemage Weil das ist das, was ich suche Danke Gebt mal Hundemage Danke Oh, kriege ich zweimal Geld Ja gut, das Geld interessiert mich herzhaft wenig Wenn ich ehrlich bin Weil, äh Ich habe so viel Das ist schon abartig So, dann tun wir den nochmal weg Der kommt da oben hier Da haben wir genug Die können wir mitnehmen Von mir aus Und das Restliche lassen wir Ja, da hatten wir doch wunderbar Spaß daneben Fand ich nett von euch Dass ihr mir so viel Munition gegeben habt Gut Und ich würde sagen Wir sehen uns dann gleich wieder Wenn es heißt Nächste Mission Bis gleich So, Jo, Bub Ich bin wieder da Herzlich willkommen zurück So, ich habe es ja mal gesagt Ich wollte mal in Botschki Vorbeischauen Und jetzt haben wir gerade das Glück Dass hier eine Mission ist Und die werden wir jetzt mal machen Also ich war hier noch nie Ich habe keine Ahnung Was mich jetzt erwartet Vor allem Wie viele es sind Keine Ahnung Und wo die sich überhaupt alle rumtreiben Blöder Haufen Stellt sich da hin Wart bis ich kommt Dann stellt sich weg Junge Nichts 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 Das kommt nicht mehr von da hin Oh, ich seh ihn, da hinten am Auto. Blöder Affe. So, was hast du für mich? Oh, die hab ich sowieso noch geweiht, die kann ich gleich mitnehmen. Geld, von mir aus brauch ich zwar nicht, aber egal. So, den haben wir. Nein. Sieht ihr echt herrlich auszunehmen. Da ist es definitiv noch an euch. Die Mission ist immer noch. Ich hab nämlich jetzt nicht darauf geachtet, ob sie fertig war. Ich geh mal davon aus, dass das da ohne noch dazugehört, oder? Also im Moment seh ich keiner. Ich geh mal langsam weiter. Nehmen wir mal vorsichtshalber die, was ich mit der... ...und dann ist das da. ...und dann ist das da. ...und dann ist das da. Nämlich, danke, dass ich meine Munition auffülle. Dann machen wir mal dahin rum. Bleibt doch irgendwas. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Ach, sie ist schon fertig. Sie ist gerade. Auch nicht schlecht. Also, hier war ich auch nicht. Also, das sieht ja auch richtig nice aus. Ich hätte gerne... Nehmen wir mit natürlich. Natürlich, bei der 9 haben wir noch einen Platz. Freilich, die haben wir sowieso dabei. Der Rest könnt ihr euch irgendwo hinschieben. Das ist ja toll. Was sind das eigentlich für hässliche... Äh, ja. Nehme ich mit. Danke. Brauche ich nicht wirklich. Mit so einer Munition kann ich ja gar nichts anfangen. Den haben wir durchsucht, ne? Jawohl. Oh, warte mal. Ne, holen wir nicht. Alter, da gibt's nur Mist hier oben. Alles nur Mist. Jo. Ich würde sagen, eine Mission machen wir noch. Mal schauen, welche ich mir da raussuche. Äh. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu der Zeit. Ja, ähm, ich zeig euch mal kurz was. Und zwar, äh, ich bin jetzt hier unten. Äh, ich hab mal gedacht, dass wir vielleicht die Mission machen, die da und uns das Päckchen da oben holen. Weil das ist nämlich gerade erschienen. Also machen wir jetzt mal ganz dezent eine Schnellreise für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben oder wissen, wie das funktioniert. Was ihr braucht, sind diese Erkennungsmarken. Und zwar ist das hier. Ihr seht, wir sind hier an dem Ding. Da geht ihr hier oben an das Ding hin. Und direkt hinten dran ist der Eingang für die Schnellreise. Da gehen wir da hin. Reisen hier schnell. Kostet Ding. Reisekosten. Drei von den Dingen. So. Wenn wir jetzt auf die Karte schauen. Es stehen wir genau hier. Geht natürlich brutal schnell. So. Wir schnappen uns dieses Ding und rennen sofort los. Also das ist jetzt praktisch, wenn ihr auf die Karte guckt, direkt genau hier. Hier. So. Habt ihr das auch mal gesehen. So. Und ich gehe jetzt in Richtung Ding und wir sehen uns gleich wieder. Dann geht es noch mal.